Wir befinden uns hier in Nürnberg in der Düsselkämperstraße 2a in den Räumlichkeiten von mein großes Portkleid und ich bin Bettina Schröder und ich zeige euch kurz, was ihr hier finden werdet. Also mein Atelier richtet sich an Bräute ab Größe 46 bis ca. Größe 60. Das ist der Umkleideraum hier und hier zeige ich euch noch kurz das Wartezimmer. Das bin ich gewesen, hallo. So und ganz wichtig, ihr findet hier auch eine Schneiderei, also das ist mein Arbeitsplatz, ich bin ja Schneiderin und ich werde euch dann euer Traumkleid perfekt auf den Leib schneiden. Bis bald, tschüss!